Ja, herzlich willkommen zur Honigernte. Das ist die erste Honigernte in diesem Jahr und das packe ich doch jetzt gleich mal in die Home Hive Tutorial Playliste rein. Wir haben ja hier jetzt einen Home Hive auf zwei Honigräumen gerade. Das sind Naturwaben drin, das sind aber auch die Waben mit Mittelwände drin zum Ausschleudern. Die Bearbeitung vom Honig, die mache ich jetzt separat. Also in dem Video geht es jetzt wirklich nur darum, wie man eben den Honig laut den Parametern der regenerativen Bienenhaltung auch vom Bienenvorgang entnehmen kann. Die Grundvoraussetzung ist immer, und das ist der Unterschied zwischen regenerativer Bienenhaltung zu anderen Bienenhaltungsformen, zumindest den allgemeinen. Da wird nämlich der Honig ja geerntet, sobald er reif ist. Und wenn die Bienen dann eine Durchlenzungsphase haben bis zur nächsten Tracht, wo wieder Nektar reinkommt, dann wird halt Zuckerteig den Bienen als Ersatz gegeben. Und da ist schon mal der Cut zwischen der regenerativen Bienenhaltung, weil zunächst einmal wird nie alles abgeerntet. Ihr habt ja gesehen, dass ich im Jahresverlauf, das war sozusagen das erste Video, wo ich hier in diesem Jahr für diese Playlist gemacht habe, da haben wir ja noch die vier Futterwaben in der Mitte, die bockelvoll waren mit Futter, haben wir ja einen Querstrich gezogen. Das heißt, das Bienenvolk wird immer mindestens auf vier Waben belassen. Aber wenn ich jetzt so kalkuliere, dann habe ich ja, wenn ich in den 14-Tages-Rhythmen arbeite mit vier Honigwaben, kalkulieren wir mal mit zwei Kilo pro Wabe, zwei, vier, sechs, acht. Habe ich acht Kilo drin in 14 Tagen, beziehungsweise in einer Woche fressen sie mir 3,5 in einer Woche, 500 Gramm jeden Tag ist der Tageskonsum für ein Bienenvolk. Wenn ich jetzt in meinen 14-tägigen Volksrhythmen bin, muss ich ja sicherstellen, dass bis zum nächsten Kontrolltermin die Bienen mehr als genug Nahrung haben, unabhängig von dem, was von draußen reinkommt. Das heißt, wenn ich im 14-Tages-Rhythmus das nächste Mal schaue, dann stelle ich auf jeden Fall sicher, dass das Volk mindestens diese Anzahl an Honig hat. Das wären pro Woche 3,5 plus nochmal eine Woche, dann sind wir bei sieben Kilo, die wir definitiv im Volk drin haben müssen. Natürlich ist es immer gut, wenn da noch mehr Honig drin ist, weil wir haben ja auch noch die unteren Bereiche, da ist auch an der Seite noch Honiggrenze drin. So, das wäre das Erste, was der Unterschied ist. Das Zweite ist, dass wir immer erst dann abernten, wenn die nächste Tracht reinkommt. Beispiel Obstblütenhonig wird abgeerntet, bevor die Rubinie blüht, beziehungsweise wenn sie blüht, dann haben die Bienen nämlich zwar eine Entnahme vom Honig, aber sie sind sofort beschäftigt, wieder die nächste Ernte reinzutragen. Rubinie wird geerntet, oder beziehungsweise ich mache mal Rubinie-Slash-Blüte wird geerntet, wenn die Linde anfangen zu blühen. Hier in Grünwettersbach hat es jetzt sozusagen für die allererste Frühtrachternte nicht gereicht. Das heißt, was wir hier rausholen, ist jetzt ein Blütenhonig und da unten sind tatsächlich gerade vor zwei Tagen die Linden aufgegangen, die jetzt so immer mehr anfangen zu blühen. Und bevor man jetzt zum Beispiel eine Wabe rausnimmt, wo eben sehr viel Nektartropfen der Linde drin sind, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt zum Abernten. Ich weiß, die Zeitspanne ist da wirklich immer ganz knapp. Da muss ich mich privat auch wirklich zurücknehmen, wenn ich für die Kunden einen guten Honig haben möchte, weil ich brauche genau den Zeitpunkt. Der Honig bleibt so lange drauf, bis die nächste Tracht reinrollt. Und dann hat man ja eine Zeitspanne von ein paar Tagen. Also das kann man nicht über Tage und Wochen dann nehmen, sondern wenn jetzt die nächste Tracht kommt, muss man abernten. Es gibt noch eine zweite Alternative. Man lässt den Bienen ein ganzes Jahr sammeln. Das Bienenvolk türmt sich dann mit den Honigwaben und Ende des Jahres macht man dann eine einzige Ernte. Ist auch eine gute Option, ist auch das, was ich den Hobbyimkern empfehle, weil dann so nie die Gefahr besteht, dass ein Bienenvolk während der Saison einfach mal leer läuft. So, viel zum Thema, wann wir ernten. Und ihr seht ja, ich bin hier eigentlich gar nicht ausgerüstet, wie das sonst meine Berufsimker-Kollegen so tun. Ich habe viel, sage ich mal, weltweit mit der Imkerei gearbeitet. Und das Normale ist eigentlich, man nimmt eine Bienenflucht, weil es einfach schneller geht. Oder man nimmt so einen Beeblower, was nichts anderes eigentlich ist, wie ein Laubbläsegerät oder so eine Hochdruckpistole mit Pressluft drauf. Und dann schießt man die Bienen von den Waben runter. Also entweder sozusagen die Bienenflucht. Um es kurz zu erklären, eine Bienenflucht ist so eine kleine Platte, ist one way. Und also das heißt, die Biene von oben, die kann zwar runtergehen, aber dann nicht mehr nach oben. Und über die Nacht wird dann so ein Honigraum leer. Hat allerdings Nachteile, der Honig wird a, kalt und b, wenn die Bienen da nicht drauf rumkrabbeln, dann zieht er halt Wasser. Und das möchte ich nicht. Man hat mir drei Jahre in Zelle in der Ausbildung die Gott sei Dank traditionelle Imkermethode beigebracht, wie man tatsächlich per Hand seinen Honig erntet. Und tatsächlich war das eines der Punkte, die ich mein ganzes Leben lang beibehalten habe. Warum? Weil es einfach wirklich mehr Qualität euch gibt. Und wenn ihr einen richtig geilen Honig haben wollt, hey, dann müsst ihr halt einen Körpereinsatz dafür bringen. Und das bedeutet keine Bienenflucht, kein Beeblower, weil es eben für Bienen wirklich nicht so toll ist. Wir machen das wirklich traditionell mit einem Besen. Wie das funktioniert, brauche ich jetzt eigentlich nicht erklären, weil das seht ihr jetzt gleich highlife in der Praxis. Zum Besen sollte man natürlich wissen, es ist immer ein ganz neuer Besen. Und ja, es ist definitiv ein Kunststoffbesen. Ich bin auch ein Öko-Fan, aber Plastik hat tatsächlich auch in vielen Bereichen unglaubliche Vorteile. Das verdammen darf man das jetzt nicht. Ich benutze hier ausschließlich die kleinen AP Nord Bienenbesen. Das sind die, wo sich über die Jahre am meisten bewährt haben von allen möglichen Besen. Ich habe viel ausprobiert und das sind die, wo am meisten, am besten laufen. Da gibt es auch noch den größeren, den empfehle ich euch nicht. Warum, seht ihr gleich in der Praxis. Und ich habe da immer zwei, weil in der Sekunde, wo das Ding verklebt, muss ich den eigentlich sofort austauschen. Und deswegen, wenn einer verklebt, ab in den Eimer rein, auswaschen, das Wasser wieder richtig sauber machen und dann eine gewisse Zeit lang wieder abtrocknen lassen. Und in der Zeit kann ich mit dem anderen Besen weiterarbeiten. Es kann euch passieren, dass wenn ihr zwei, drei Honigwaben abfegt, der Besen hier oben anfängt zu schmieren. Und dann werden die Bienen auch wirklich pissig. Man kann sie dann dadurch übrigens auch verletzen mit einem verschmierten Besen. Deswegen ist ein guter Tipp, immer mal wieder den Besen kurz über den Handrücken so drüber streichen. Und wenn das dann anfängt hier zu schmieren, dann wisst ihr, hey, der Besen muss wieder in Wasser rein und neu gemacht werden. Des Weiteren habe ich auch mit den Besen tatsächlich so eine Art Kreislaufwirtschaft etabliert. Das heißt, ein ganz, ganz neuer Besen ist für die Honigernte. Im nächsten Jahr ist dieser Honigbesen mein Bienenbesen. Der steckt dann da im Korb. Mit dem fäge ich dann nur die Bienen von der Ware. Wenn die Saison rum ist, dann wird der Bienenbesen zum im Winter Leichenbesen. Weil ihr wisst ja, hin und wieder ploppen ja Leichen im Winter sozusagen runter. Und wenn mal wieder mein Gitter in meinem Home-Health-System feststecken sollt, dann muss ich da halt manuell hingehen, Klappe öffnen und mit dem Besen die Leichen fegen. Und dann ist ja klar, dass wir diesen Leichenbesen nicht mehr benutzen wollen. Das heißt, nach diesem Prozess ist er dann im Mülleimer. So, und ich würde sagen, bevor jetzt der Smoker durchbrennt, lege ich mal los. Was man will noch sagen muss, ihr braucht halt alles vor Ort. Also sprich, da muss halt eine leere Kiste stehen mit einem Holzunterboden. Und auch nochmal wirklich ein guter Tipp. Normalerweise sollte man ja Bienenvölker ganz früh morgens ernten, vor dem Bienenflug. Also A, sind da die Bienen wirklich pissig. Und B, wenn sie dann leer in den Tag starten, dann kriegt so ein Bienenvölker auch mal schnell wirklich Panik und geht in diese Räubereibereiche rein. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich ernte immer dann den Honig, wenn wir tatsächlich so kurz vorm Sonnenuntergang sind. Das ist das angenehmste für die Bienen. Und man muss halt einfach schnell sein. Los geht's. Wir fangen immer mit der unteren Kiste an. Jetzt hier Ausnahme. Ich klicke jetzt alles an. Moment, die war es noch. Den Block überspringen wir, weil das sind wieder unsere Futterwaren. Genau, das waren ja bei dem Fall ein paar mehr. So, und los geht's. Lohnt sich nicht zu ernten. Da warten wir noch. Ich habe mit nichts Zeitdruck. Wenn die Waben nicht komplett verdeckelt sind, dann ernte ich da auch nichts ab. Macht ja auch keinen Spaß, sowas zu ernten. Hier zum Beispiel auch. Also das lohnt sich nicht zu ernten. Das geht auf die nächste Honigernte dann rein. Hier, ja eigentlich genau so. Das lag an der Durchlänzungsphase vom Bienenvolk. Das heißt, die haben eine gewisse Zeit hier nichts eingetragen. Und dann haben wir da gefressen. Und dann haben sie wieder neu Nektar eingeschleppt. Und dann sehen halt die Waben tatsächlich oben verdeckelt aus. Aber hier seht ihr, sind ja wieder neue Nektareinträge drin. Und das geht dann halt definitiv auf die nächste Honigernte. Das jetzt abzuernten, macht einfach keinen Sinn. Hier genauso. Ganz frische Wabe, das lassen wir drin. Sondern hier. Und hier genauso. Das bleibt dann auch drin. Und selbe Spiel. Lohnt sich nicht abzuhören. Bleibt. Jetzt haben wir schon mal gesehen, dass wir in der unteren Kiste nicht weiterkommen. Wir gehen halt jetzt die obere Kiste los. Und da sieht es schon mal ein bisschen anders da aus. Die Wabe stellen wir auf Verdacht einfach mal raus. Dann wird alles angeklickert. Wow. Also das da wollen wir hier. Vollverdeckelte Honigwaben. Und ihr seht schon, dass ich hier eine Doppeltechnik benutze. Weil ich benutze auf der einen Seite den Besen. Aber am allerliebsten klopfe ich nur die Waben ab. Weil das wesentlich effizienter ist. Muss aber halt auch gut trainiert sein. Und dann gibt es halt so ein paar Bienen, die verhaken sich derartig in den Waben. Dass man da mit dem Abschlagen einfach nicht weiterkommt. Und deswegen habe ich den Besen halt auch noch als zweite Option dabei. Seht ihr? Ich schlage da ein paar Mal drauf. Und die restlichen Tierchen werden mit dem Besen weggenommen. Und ja, tatsächlich. Das hört sich jetzt verrückt an. Aber ich mache das mit meinen Ganzen. Mindestens 100 Wirtschaftsvölkern. Und das teilweise mehrmals im Jahr. Übrigens eine Naturwabe. Solltet ihr nicht abschlagen. Die Naturwaben sind immer die mit der Drahtung hier oben. Hier sind die Mittelwände drin. Aus meinem eigenen Bienenwachs für die Bienen gepresst. Und die Mittelwandhonigwaben, das sind die, wo geschleudert werden. Die Naturwabenhonige, die schleudere ich nicht. Weil da möchten die Kunden natürlich ihren leckeren Wabenhonig kauen. Deswegen wird es dann abgepackt und hier im Arbeitszimmer in kleine und große Schälchen, wo man den Honig auch wirklich in der Urform dann genießen kann. Und auch hier ein Tipp für euch. Wenn ihr auf so einer Mittelwandhonigwabe rumkaut, wer es nicht anders erkennt, der mag es. Wenn man einmal eine Naturwabe gekaut hat, mit einer hauchdünnen, von den Bienen selbst gemachten Mittelwand, möchte man nie wieder auf einer Wabe mit Mittelwand rumkauen. Deswegen gehe ich da ziemlich strikt dran und sage, jede Mittelwandwabe wird geschleudert und jede Naturwabe wird ausgeschnitten. Also ich finde das hier eine grandiose Ernte. Und wie ihr seht, da unten gibt es noch viel mehr Honig. Und die Linde fängt jetzt erst an. Ist das nicht der Knaller? Ich glaube, in diesem Jahr wird alles vom letzten Jahr wieder wettgemacht. Im letzten Jahr war alles so schlecht. Und dieses Jahr sieht einfach alles fantastisch aus. Hier machen wir jetzt eine Ausnahme. Also theoretisch könnte man jetzt sogar sagen, beim Honigschleudern, dass wir nur die eine Seite schleudern. Nämlich die hier, die ist ja wunderbar schön verdeckelt. Und diese Seite tun wir nachher ins Bienenvolk wieder zurück. Und genau dasselbe würde ich auch sagen, machen wir mit dieser Wabe. Und da ich, wie gesagt, auch Gott sei Dank in meiner Berufsimkerei gar nicht auf Honigerträge angewiesen bin. Also es ist tatsächlich so, ich verdiene als Berufsimker mein Einkommen völlig unabhängig vom Honig. Warum? Guckt euch mal auf meiner Webseite um, dann seht ihr dieses Angebot, was ich da den Menschen gebe oder anbieten kann. Und deswegen ist es auch nicht notwendig, die Bienen jetzt abzustressen. Das heißt, auch hier haben wir jetzt eine Wabe, wo auf der Seite wunderbar zu schleudern ist. Und hier würde ich sagen, naja, wenn das mit in die Gesamtmenge reinfließt, dann brauche ich mich nachher nicht wundern, dass der Wassergehalt halt einen Ticken höher ist. Deswegen, zwei Waben werden nur eine Seite ausgeschleudert. Und die andere offene Seite kommt nachher wieder oben drauf. Jetzt noch so ein kleiner Tipp. Da machen wir gleich mal Deckel zu. Also hier drin wird jetzt ausgeschleudert. Das ist der Anton gerade, der hier die Honigschleuder bedient. Und wir haben jetzt hier diese ausgeschleuderten Honigwaben. Ich klopf mal, vielleicht kann er uns noch eine zeigen. Ja, wir müssen da mal kurz gucken. Zeig uns mal so eine gelbe, eine schön gelbe. Ausgeschleuderte Honigwabe. Wunderbar, perfekt. Seht ihr, das ist eine perfekte ausgeschleuderte Honigwabe, die jetzt allerdings verklebt ist. Und die muss ja jetzt wieder zu einem anderen Bienenstand übrigens. Und solche Waben, die verklebt sind, könnt ihr eigentlich nicht einlagern. Ihr müsst die wirklich direkt wieder in euer Bienenvolk reinsetzen. Und zwar sind da zum Beispiel dann die Lücken wieder zu füllen, die bei einer Honigernte entstehen. Und bestenfalls am selben Tag. Weil einen Tag später kann es zu spät sein. Wenn eine Lücke drin gelassen ist, dann kann es passieren, dass die Bienen schon eine Wabe gezogen haben, die dann eben nicht im Rähmchen sitzt, sondern an der Folie klebt. Und warum ich es jetzt gezeigt habe, man kann auch ein Bienenvolk direkt bei euch vor Ort. Das ist bei mir einfach praktisch gebaut, weil ich habe Honigraum und direkt nebendran habe ich meine Waschmaschine. Und ja, in der Tat, ich benutze meine Bienen als Waschautomat. Und zwar kann es mir passieren, dass zum Beispiel bei einem vermieteten Bienenvolk, wenn ich eine Honigernte da mache, dann kann es ja sein, dass ich vielleicht nur die Hälfte des Honigs entnehme. Und dann müsste ich ja theoretisch, um wieder das voll zu machen mit Waben, da Mittelwände reinbringen oder leer waben. Und dann hat aber der Kunde ein Problem, weil die Bienen dann nicht mehr so schnell Honig machen. Sie müssen ja die Mittelwände erst ausbauen. Und deswegen wäre es dann eine Idee, einfach eine ausgeschleuderte Wabe dem Kunde zu geben. Da aber da eine Zeitdifferenz drin ist, nehme ich jetzt diese ganzen ausgeschleuderten Waben und heute Abend setze ich die alle, ich meine, da kann ich ja einen Viererturm machen. Also ich kann hier einmal, zweimal, also bis vier komme ich hoch, dann bin ich hier am Ende. Nicht wegen einem Bienenvolk, sondern weil dann hier mein Kakibaum anfangt. Aber theoretisch könnt ihr da jetzt auch einen Fünfzager drauf machen. Ausschlaggebnis, das Volk muss halt wirklich riesengroß sein. Und dann könnt ihr ein Bienenvolk als Waschmaschine benutzen, indem ihr einfach nur ausgeschleuderte, verklebte Honigwaben oben drüber türmt. Da ist wichtig, dass wir zwischendrin immer einen halben Zentimeter Platz lassen. Das heißt, in einem System von elf Rähmchen würde ich zum Ausschlecken der Waben immer nur Zehner bilden. Zehnerrähmchen pro Kiste, damit genügend Platz in der Mitte ist, dass die Bienen auch hier die Backen sauber macht. Und ihr werdet sehen, das lasst ihr ein bis zwei, drei Tage auf dem Bienenvolk drauf und die Biene macht das sowas von Ratze, Putze, sauber. Und mit diesen sauberen Waben, die könnt ihr wieder wochenlang irgendwo rumfahren, ins Auto laden, in euer Wabenlager hochpacken. Weil der Honig kann dann ja nicht mehr gären. Die Bienen hat sauber gemacht. Und klar ist natürlich auch, da sind beim Schleudern da irgendwelche Waben brechen, die gehen sofort in den Dampffackschmelzer rein, gehen gar nicht mehr ins Bienenvolk rein und nur was schön und sauber ist, kommt wieder rein. Also so könnt ihr jetzt eine Honigwabenkreislaufwirtschaft etablieren. Und solange die Waben alle schön gelb sind, braucht ihr euch auch um die Wachsmotte keine Sorgen machen. Also ich habe es geschafft, ohne dass der Besen hier großartig schleift. Machen wir es trotzdem sauber. Die Kiste tun wir wieder zurück. Da geht nämlich die nächste Honigernte rein. Und wie gesagt später kommen dann hier die ganzen Waben wieder on top. Zum Ausschlecken. Und was auch ganz wichtig ist, hey, danke liebes Bienenvolk für diese reiche Honigernte. Das war nämlich echt der Wahnsinn jetzt. Bin total stolz, dass so ein kleines, beziehungsweise so ein, also ich meine, klar, die sind ja gerade mal halt so groß wie ich als Mensch. Aber es ist trotzdem, dass so ein riesen Bienenvolk, meine ich eigentlich, mir dann doch eine ganze Kiste Honig jetzt hier geschenkt hat und da noch so viel drin geblieben ist, wo die Bienen überhaupt nicht in irgendwelche Räubereiprobleme reinkommen, sondern jetzt gerade weiterschleppen können. Und selbst wenn draußen aufhört zu blühen, das da oben kriegen sie jetzt so schnell auch nicht leer. 500 Gramm fressen sie jeden Tag. Und danke Bienen, dass ich hier elf Waben Honig ernten konnte. Das ist echt der Knaller. Ich glaube, ich schreibe auch ins Kommentarfeld rein, wie viel Kilo letzten Endes dann hier rauskam. Muss ich dann vielleicht nachträglich machen. Wenn ich es vergesse, erinnert mich dran, könnt ihr ins Kommentarfeld dann gerne reinschreiben. Oh ja, das hätte ich beinahe vergessen. Legt eine Honigernte, bitte nicht auf den Tag eures Kontrolltermins. Das würde die Bienen nämlich wirklich, ja, mögen sie nicht so gern, wegen der Räubereigefahr. Also Honigernte ist irgendwo zwischendrin. Und das immer ein paar Tage vergehen, bevor dann wieder die nächste Volkskontrolle ist. Bei dem Fall, glaube ich, ist nächsten Sonntag erst der Termin. Ja. Macht's gut. Ciao.